Ich habe mir eine Lexa Professional SD-Karte mit der Video90 Speed-Klassifizierung geholt. Warum das ein kleiner Fehlkauf war und wie ihr solche Fehlkäufe verhindern könnt, das erzähle ich euch nach dem Intro. Ich wollte mir für meine neue Kamera, die GH5 Mark II, eine passende SD-Karte kaufen. Wie geht man also nun logischerweise vor, wenn man sich die passende SD-Karte kaufen will? Am besten ist natürlich, wenn der Hersteller einem da schon mal einen Hinweis gibt, was denn die passende SD-Karte wäre. Und da habe ich auch tatsächlich auf der Webseite von Panasonic geschaut. Dort gibt es eine Seite mit Spezifikationen, speziell für meine Kamera. Und hier finde ich dann die Information, dass bei den Aufzeichnungsmedien V90 als kompatibel gelistet ist. Also die Speed-Klasse 90 steht hier oder Video-Speed-Klasse. Das ist V90. Ich werde jetzt nicht so genau auf diese Speed-Klassen eingehen. Da gibt es wunderbare Tabellen bei Wikipedia. Verlinke ich euch natürlich gerne. Dort gibt es dann auch diese verschiedenen anderen Klassen. Aber wir schauen uns jetzt hier die V-Spezifizierungen an. Und hier steht eben, dass V90 geeignet wäre. Ich habe auch ein bisschen rumgelesen bei Reddit und anderen Foren. Und dort habe ich dann öfters Nutzer gelesen, die geschrieben haben, naja, ich habe eine V90-Karte und die hat mich noch nie im Stich gelassen. Gut, habe ich mir gedacht, dann wird das wohl die richtige sein. Der Hersteller sagt, die Nutzer sagen, also kaufe ich mir eine V90. Und die kostet aber signifikant mehr als eine normale Sendisk-Ultra-Karte zum Beispiel. Die hat, glaube ich, gar keine V-Zertifizierung bzw. V10. Das sind dann 10 Megabyte pro Sekunde, die die schreiben kann. V90 bedeutet 90 Megabyte pro Sekunde, die geschrieben werden können. Wir müssen hier ein bisschen aufpassen. Wir reden manchmal hier von Megabit und Megabyte. Ich versuche das jetzt hier auseinanderzuhalten und auch immer richtig auszurechnen. So, als ich jetzt dieses Video vorbereitet habe, habe ich dann gedacht, teste ich doch mal gegen irgendeine Sendisk-Ultra. Die hatte ich hier noch rumliegen, sogar nur eine Micro-SD-Karte. Die habe ich dann mit Adapter einfach eingesteckt und mal angefangen aufzunehmen. Und zu meiner Überraschung, wenn ich im MP4-Format aufgenommen habe, bei der höchsten Auflösungsstufe 4K, konnte die Karte problemlos mithalten. Zumindest konnte ich dort ein Video aufzeichnen, das weit über 10 Minuten ging und ja, es hat nicht abgebrochen oder ähnliches. Das hat bei mir ein bisschen Kopfkratzen verursacht, da ich ja dachte, diese 4K-Videoaufnahmen würden diese, ja, random SD-Karten, die man einfach so rumfliegen hat, gar nicht funktionieren. Also bin ich nochmal auf die Seite mit den Spezifikationen gegangen und wenn man da ein bisschen runterscrollt, dann findet man eben verschiedene Angaben zu den Video-Formaten. Und tatsächlich, die hohen Schreibraten, die braucht man nicht beim MP4-Format, sondern beim MOV, also MOV-Format. Und auch nur dann in ganz bestimmten Konstellationen. Das Höchste, was ich jetzt hier finden konnte, sind 400 Mbit pro Sekunde gewesen. Hier haben wir jetzt wieder das Problem mit Mbit und Megabyte und deshalb müssen wir mal umrechnen, 400 durch 8 sind 50 Megabyte pro Sekunde und meine Karte kann ja 90 Megabyte pro Sekunde. So, und jetzt wird es ganz kurios, wenn ich nämlich jetzt mal ins Kleingedruckte gucke auf der Spezifikationsseite, dann finde ich ganz unten, für das Aufnehmen mit All-Intra 400 Mbit pro Sekunde ist mindestens die Video-Geschwindigkeitsklasse 60 erforderlich. Das heißt, mir hätte hier wahrscheinlich eine V60-Karte völlig ausgereicht. Auch jetzt habe ich mich wieder am Kopf gekratzt, denn warum steht denn oben irgendwas mit V90? Naja, da steht nur, dass die Kamera kompatibel ist und wahrscheinlich auch diese Schreibgeschwindigkeiten von V90 erreichen kann, aber im realen Einsatz vielleicht gar nicht tut. Jetzt gibt es ja noch eine andere Disziplin bei Kameras, neben dem Video, wo man eine hohe Schreibgeschwindigkeit bei der SD-Karte braucht. Und das ist die Serienbildaufnahme, weil hier in schneller Folge einfach hochauflösende Bilder geschossen werden und die werden dann runtergeschrieben, entweder im internen Speicher oder auf die SD-Karte. Jetzt bin ich noch nicht dabei angekommen, RAW-Bilder zu machen. Die haben ja eine deutlich größere Dateigröße, da wird es dann nochmal spannend. Ich mache nur JPEG-Bilder. Und hier kommt dann tatsächlich die SanDisk Ultra an ihre Grenzen. Ich konnte nämlich genau 358 Bilder machen im JPEG-Format, bevor die Schreibgeschwindigkeit der Karte nicht mehr ausgereicht hat und die Serienbilder einfach zu Einzelbildern am Ende wurden. Bei der Alexa kam ich da nie an diese Begrenzung. Und wenn ich mir jetzt noch vorstelle, dass ich gleichzeitig ein RAW-Bild abspeichere und vielleicht noch JPEG-Bilder mache, die mehr Megabytes haben, denn ich habe hier ein relativ simples Motiv gewählt und die Kamera konnte das Ganze auf 5 MB runterkomprimieren. Wenn es mehr Farben im Bild gibt, ist die Dateigröße auch größer. Also das ist immer so ein bisschen situationsabhängig, wie groß die Dateigröße tatsächlich ist. Aber hier kann man dann doch schon einen Unterschied zwischen einer V90 und einer V10-Karte auf jeden Fall sehen. Auch die Video-Formate, die ich jetzt vorhin vorgelesen habe, kann ich natürlich nicht mit der SanDisk Ultra aufnehmen. Da kommt nach wenigen Sekunden die Fehlermeldung am Display, dass das Video damit gar nicht aufgenommen werden kann, weil die Schreibgeschwindigkeit der SD-Karte viel zu gering ist. Jetzt wollte ich euch ja verraten, wie könnt ihr die Fehler vermeiden, die falsche Karte zu kaufen. Ja, blöder Tipp, aber man muss ins Kleingedruckte schauen. Also bei Lumix zum Beispiel bekommt man ja eine Liste, welche Geschwindigkeiten tatsächlich gebraucht werden und man muss sich halt überlegen, was man mit der Kamera machen will. Auf der anderen Seite möchte ich die Funktionalitäten meiner Kamera natürlich nicht durch eine falsche SD-Karte limitieren. Gerade wenn man zum Beispiel RAW-Fotografie macht, dann ist eine schnellere Karte auf jeden Fall zu empfehlen. Was ich jetzt auch noch ein bisschen verschwiegen habe, bei der Serienbildaufnahme konnte ich zwar 358 Bilder hintereinander schießen, allerdings hat dann die Karte Minuten gebraucht, um die Bilder wegzuschreiben. Denn die hat einen internen Speicher, die Kamera, und von dem aus geht es dann auf die SD. Das heißt, ich mache also ein Bild, das Bild wird erstmal im internen Speicher abgelegt und so schnell wie möglich auf die SD geschrieben. Das heißt, unabhängig von der Geschwindigkeit der SD kann ich erstmal eine ganze Menge Bilder machen und danach wird das Ganze dann runtergeschrieben. Und dieses Runterschreiben hat minutenlang gedauert. Also diese 358 Dateien, die haben bei mir 1,9 GB gehabt. Das hat ziemlich lange an der Kamera gedauert und die Kamera ist dann blockiert für manche Funktionen in der Zeit, wo sie eben auf die SD-Karte schreibt. Bei der Lexa-Karte war das Schreiben in dem Moment beendet, wo ich quasi den Finger vom Abzug genommen habe und ich konnte die Kamera direkt weiterverwenden. Jetzt kommen wir zu einem weiteren Punkt, den man vielleicht beachten muss. Diese Schreib- und Lesegeschwindigkeiten, die klingen erstmal interessant. Und das wäre ja zum Beispiel dann auch ganz praktisch, wenn ich die mit der Geschwindigkeit am PC kopieren kann, von der Karte runter. Da muss man aber beachten, dann bräuchte man einen speziellen UHS-II-Kartenleser. Denn der UHS-II-Standard hat ganz andere Pins. Also wenn man mal auf die Rückseite der Karte schaut, dann sieht die nicht aus wie die klassische SD-Karte. Und dementsprechend brauche ich jetzt für die höheren Geschwindigkeiten auch einen anderen Kartenleser. Das Ganze ist abwärtskompatibel, schreibt dann aber natürlich mit geringeren Geschwindigkeiten. Eine andere Möglichkeit wäre, die Kamera als Kartenleser zu benutzen. Meine GH5 M2 hat einen USB-C Anschluss und könnte dementsprechend ja auch relativ schnell das Ganze kopieren. Hier habe ich aber zwei Probleme. Das erste Problem ist, dass wenn ich die Kamera als Kartenleser benutze, dann habe ich das Problem, dass die Karte nur schreibgeschützt im Windows PC eingebunden wird. Das heißt, ich kann Datei runter kopieren, kann aber keine löschen davon. Ein weiteres Problem ist die Geschwindigkeit. Ich konnte keine besonders hohen Geschwindigkeiten mit dieser Verbindungstechnik erreichen. Ich habe das 70 MB pro Sekunde und die Karte wirbt mit 300 MB pro Sekunde beim Kopieren einer großen Videodatei. Also da ist jetzt auch nicht wirklich viel Geschwindigkeit rauszuholen. Diese Geschwindigkeiten, die kann ich eben auch erreichen mit einem klassischen SD-Kartenleser, der kein UHS-II unterstützt. Zumindest konnte mein Lidl-Kartenleser im Crystal Mark 90 MB pro Sekunde lesen. An der Stelle danke ich dir fürs Zuschauen und ich würde mich natürlich mal freuen, was du so für Erfahrungen mit den SD-Karten gemacht hast, mit den Geschwindigkeitsspezifizierungen. Schreib mir das doch mal bitte in die Kommentare. Vielleicht hast du ja auch einen Tipp für eine gute Website, die das Ganze noch ein bisschen deutlicher erklärt. Denn wenn man danach googelt, findet man ziemlich viele Seiten, die einem einfach nur Amazon-Affiliate-Links andrehen möchten.